Hallo, jetzt zeige ich euch mal ein 5-Mark-Stück Universität Tübingen von 1927. Das ist eine polierte Platte, leider leicht berieben. Zeigt auf der vorderseite den Eberhard mit Barth und die Umschrift halt 450 Jahre Universität Tübingen. Die Rückseite zeigt den Reichsadler. Dann 5-Mark-Stück, 1927. Hier noch die Umschrift. Das war jetzt das 5-Mark-Stück Universität Tübingen. Polierte Platte, leicht berieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.